Hallo meine Lieben, ich bin Stefanie Cascada mit Chanel, Chanel Coco hier. Die macht auch gerade ein Video. Und wir waren in Ikea in Flumark. Und wir warten jetzt, dass sie beendet. Und wir haben uns was gekauft. Wir haben eine Tüte Schokolade gekauft. Sieht man das? Ich hoffe doch. Und wir haben uns noch ein paar andere Sachen gekauft. Und wir zeigen dann ein anderes Video. Dann gibt es ein, was wir alles gekauft haben. Slow Mark Talk. Wir haben viele Sachen gefunden. Und dann sagen wir Tschüss und bis bald.